Ja hallo, willkommen zurück bei einer weiteren Folge von Dark Souls. Letzte Folge gab es ja eine kleine Fragerunde, aber die ist jetzt nicht vorbei. Ich habe soweit alles gefragt, was ich meinte wissen zu müssen. Ja, die Folge hat jetzt eine Stunde gedauert. Mehr als eine Stunde. Ich hoffe, das ist kein Problem. Und jetzt machen wir einfach mal weiter. Und zwar gehen wir nicht rechts weiter über die Brücke, sondern weiter links über den langen Gang, wo da die Frau mit ihren Insekten auf mich geschossen hat. Das Claymore sehe ich mir lieber aus. Und stattdessen probiere ich mal hier, den Faustschild mit meinem Schwert. Hier, Schwert des Sorsi-Kritter. Genau. Oder ich probiere mal, wie das mit dem Zauber funktioniert. Äh, was ist das? War das hier? Ein Zauber hier. Ich habe den noch gekauft. Nein. Ja. Warte mal. Das Start ist. Äh. Äh, wo konnte ich das hier? Nein. Äh. Hä? Wie kann ich Zauber auswählen? Das ist ja eigentlich alles überhaupt. Oh, okay. Äh. Warte mal. Ausrüstung? Nein. 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 Hä? habe ich nicht gekauft das geht auch auf jeden fall wie man sieht das ist scheinbar die der tariöschen er dürfte sehr wenig aushalten bzw gar nichts haltungskantreise ich? oh ja weniger als die hälfte ok aber wie konnte ich meinen zauber? ah zauber einstimmen hier ja meine güte ich habe keinen zauber gekauft echt jetzt? aber den magischen schild wollte ich doch haben deswegen habe ich ja den zauberstab genommen moment entschuldigung ach kairat ist jetzt weg das haben sie ich werde alles tun was mit dem nice befehl ja ja komm gegenschein kaufen ah der war zu teuer stimmt gut danke ich komme mir vor als würde ich hier leute im bunker lagern lagern das war das probieren wir doch mal den schild aus und weiter geht's und weiter geht's ja und rot genau ich ziehe vielleicht lieber noch mal meinen schild an genau mamma mia ach ja stimmt ja ach ja stimmt ja mal gucken wie das funktioniert oh toll ja jawohl 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 Aber kann man 100 parieren überhaupt? Das weiß ich tatsächlich nicht. Also lasse ich das mal zueinander. Woll ich eigentlich fett? Nein, gerade so, nein, ok. Sehr gut. Lassen? Hau. Oh, jetzt wollte ich nicht kurz sprinten. Mörder! Nein! Ach du heilige. So, da gibt's die Überlebende. Ja, hey! Bist du freundlich oder kratzt du mich auch an? Oh nein! Du bist tatsächlich freundlich! Cool. Ok. Aber, die ignoriere ich mal. Ich meine, ich kann ja hier nichts tun. So. Nein! Wo ist das denn? Nein! Ach meine, ich bin das. Oha. So. Oh oh. Los, parieren. Los, komm. Los, parieren. Da geht's doch. So, ganz gut. Also, wie gut kann ich eigentlich mit dem Schritt hier parieren. Aber, das haben wir vielleicht schon. Aber, da ist noch einer genau. Genau. Ah! Ach, der Moment hat mich erwischt. Oh! Arbeiteranschur. Okay. Ich bin gleich fertig. Warten, bevor ich schon muss bleiben. Ich bin gleich fertig. Warten, bevor ich schon muss bleiben. Wenn ich jetzt die Kraft er kwarte, ich bin nicht fertig. Ehm. Okay. Ehm. Au Er hat mich schon wieder getroffen Oh, schon wieder Ah, jetzt hat das gut geklappt Au Na ja 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 gut Der Kleine ist vielleicht trotzdem besser Ja Kann man machen, kann man machen Aber lieber den Kleinen nicht So Oh Ja, viel einfacher Oh Hey I haven't touched her Hey Gut Gegen die Kleinen sollte ich Die Gro- Großen Schild nehmen Mhm Ja, Schwererathaku Nice Wow 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 What the hell One hit Bam, 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 okay Hall Das gibt's doch nicht. Mann. Komm noch einmal. Komm. 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 Das ist Barzah. Naja, fast. Das gibt's doch nicht. Wieder zu früh. Wenn du nichts willst, okay. Na, ich bleibe hier beim kleinen Schüt. Einfach um sicher zu sein. Alter. Oh, hey, boy. Hab ich ja ganz vergessen. Ha. Ich hab ja wirklich ganz vergessen. Ah, damn it. Ah, ich komm schon wieder nicht weit. Okay. Also der Parier schon funktioniert. Ich muss nur noch besser werden. Und ja, ich, 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 ich mach mal vorerst, ja, vorerst weiter mit dem, na hier, mit dem, mit meinem mittleren Schüt. Oh, Mann. Oh, Mann. Ich hab ich keine Essos-Vergons mehr. Okay, super. Oh, Mann. Oh, Mann. Das ist Herr. Ja! Aaaaaaaah! Yeah! Schwerer Angriff vor Gewinn! Jaaaah! 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 Oh! Jaaaah! Toll! So! Äh... Nach links ging es da lang, glaube ich. Wenn ich mich noch richtig entsinne. Jaaaah! Oh nein! Es lebt! Ah 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 ah! Ach du Heilige! Jaaaah! Das war unerwartet! Jaaaah! Wirklich! Das war wirklich unerwartet! Jaaaah! 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 Ich hab jetzt nicht gedacht, dass die wirklich von oben runter springen! Ich wollte schon parieren und meinen kleinen Schild nehmen! Ich bin alter! Jaaaah! Ich bin alter! Jaaaah! Ich bin alter! Jaaaah! Ich bin alter! Ich bin alter! Jaaaah! 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 Ich bin alter! Danke für's Zuschauen! Und bis zum nächsten Mal! Ich trau mich, hier nicht auszumachen, aber ok Moment! Tschüss!